Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir begrüßen heute bei uns in Frankfurt Herrn Prof. Dr. Sebastian Benz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrechtspartner bei Linklaters in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Herr Kollege Benz. Was tun Sie da genau bei Linklaters? Ja, ich bin in der Steuerrechtspraxis tätig und betreue vorwiegend Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen, also alles, was mit Umwendungssteuerrecht zu tun hat, aber auch Personengesellschaften, damit auch angrenzende Themen wie Nachfolgeplanung, also alles sozusagen, was mit der Unternehmensstruktur an sich zu tun hat, also sehr relativ breites Tätigkeitsfeld. Ja, bei uns stehen ja demnächst Bundestagswahlen vor der Tür. Das werden wahrscheinlich die spannendsten Wahlen seit Jahren sein, weil im Moment noch sehr viel nicht vorhersehbar ist. Wenn man sich so die steuerpolitischen Ansätze der einzelnen Parteien anschaut, was könnte denn da auf uns zukommen? Gut, das ist natürlich, also wenn man es, man kann sagen, bei der Union und bei der FDP ist es ein relativ einfaches Programm. Letztlich ist ein Anfang sein weiter so und jetzt würde ich sagen, aus der steuerpraktischen Sicht eher vernünftig, vernunftorientiert. Wir diskutieren ja in der Beraterschaft und mit den Unternehmen schon seit langem über diese 30% Unternehmenssteuerbelastung. Die Bundesregierung sagt ja immer, dass die Unternehmenssteuerbelastung in Deutschland bei 29,2% liegt und ich nehme immer Koch im Zell an der Mosel als Beispiel. Da ist natürlich der Hebessatz so niedrig, aber da ist natürlich jetzt auch nicht so viele Unternehmen und so viele Arbeitsplätze, die für die Gewerbesteuer relevant wären. Also deswegen ist ja die tatsächliche Belastung, wenn wir uns an die Großstädte angucken, eher bei 32%. Und da wäre es natürlich schon hilfreich, das kriege ich aus den Gesprächen mit, wenn wir mit ausländischen Investoren sprechen, dass eine 2 davor schon nicht schlecht ist. Das wäre einfach ein politisches Signal. Man kann ja auch die Bemessungsgrundlage, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, noch ein bisschen erweitern, sodass es aufkommensneutral wäre. Aber es wäre einfach ein gutes politisches Zeichen. So, und auf der anderen Seite steht natürlich, und ich glaube, das ist eines der zentralen Themen in der Steuerpolitik, auf der anderen Seite steht die Vermögensteuer, die ja sowohl bei der Linken, aber auch bei der SPD und bei den Grünen im Wahlprogramm drinsteht. In unterschiedlicher Ausprägung natürlich, aber es ist in jedem Fall immer eine Vermögensteuer. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, was soll das, außer dass es politisch motiviert ist und sozusagen als Neidsteuer möglichst viele Wahlstimmen bringen soll. Denn die Vermögensteuer, wenn man sich das nochmal zurück, wenn man sich erinnert, als sie 1997 außer Kraft gesetzt wurde, hatten wir vier Milliarden Steuereinnahmen und die Kosten der Erhebung waren exakt vier Milliarden, sodass wir also null Steuereinnahmen dadurch generieren würden. Was wir allerdings bekämen, wäre, und das hat 2017, stand ja die Vermögensteuer auch schon mal in den Wahlprogrammen drin, wäre, dass wir eine Kapitalflucht aus Deutschland wohl zu erwarten hätten. Das damals grün regierte, finanz-, oder grün besetzte Finanzministerium in Baden-Württemberg hat ausgerechnet, hat damals ausgerechnet, dass ungefähr ein Drittel des Kapitals aus Deutschland abgezogen würde. Jetzt kann man sich überlegen, was hat das für Auswirkungen? Das hat natürlich Auswirkungen auf Investitionen. Das ist natürlich oft so ein oft benutzter Terminus. Aber für mich, ich glaube, wenn man sich das mal praktisch anguckt, was das bedeuten würde, wenn vermögende Unternehmer auch aus den Städten, Landschaften in Deutschland weggehen würden, die ganze kommunale Infrastruktur, Kultur, Sport, alles Spenden finanziert, das fällt natürlich auch weg. Also ich glaube, da wird man sich noch mal richtig umgucken müssen, wenn so was wie die Vermögensteuer kommt. Und natürlich ist bei der Vermögensteuer, es wird ja nicht einfach so gehen. Die Erhebung wird ewig dauern. Jetzt bei der Grundsteuer rechnen wir bis 2024 in der erstmaligen Feststellung der Grundbesitzwerte. Das wird das gleiche bei der Vermögensteuer auch sein. Da muss ich noch die ganzen Vermögenbilder und was weiß ich alles bewerten. Das heißt, wahrscheinlich ist dann schon die nächste Bundesregierung dran, bevor die ersten Vermögensteuerbescheide überhaupt verschickt werden können. Also ich glaube, das sind so zwei ganz grobe Punkte, die in den Wahlprogrammen jeweils drin sind. Und wie gesagt, man muss sich dann überlegen, was man tatsächlich haben möchte. Sie haben ja schon einige Parteien genannt und es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass zumindest einige der Parteien, die Sie genannt haben, die sich für die Vermögensteuer einsetzen, auch an der Regierung beteiligt werden. Wir wissen natürlich heute nicht, wird es eine Deutschland-Koalition, wird es eine Kenia-Koalition, was auch immer. Wo würden Sie denn mal so Blick auf weniger auf die Parteien, sondern eher auf die möglichen Koalitionen steuerpolitische Schwerpunkte sehen? Also ich glaube, am vernünftigsten wäre noch, wenn man jetzt die heutigen Zahlen mal zugrunde legt, ein schwarz-gelb-grünes Bündnis, weil die grünen Finanzpolitiker, und das ist auch im Wahlprogramm so angelegt, das sind ja gar nicht so dumme Ansätze. Die wollen ja die Klimaschutz, sozusagen die Ökoabgaben verteuern, damit die einfacheren Menschen sich das auch leisten können, soll der Spitzensteuersatz nach oben. Das ist ja was, was die Union nie ausgeschlossen hat. Die Union hat ja immer gesagt, auch um den Solidaritätszuschlag wegzubekommen, lass uns doch den Einkommensteuersatz nach oben anheben, Solidaritätszuschlag weg. Dann nimmt man vielleicht noch einen Prozentpunkt obendrauf und dann hat man das auch, was die Grünen haben wollen. Und dann kriegt man das natürlich hin, sodass sich dann so die drei Parteien, glaube ich, ganz gut zusammenfinden würden. Einfach wäre es CDU, FDP, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert... Das wird nicht reichen, ja, das wird voraussichtlich. Ja, bei Null, ja. So, und wenn man sich überlegt, dann der steuerpolitische, ja, was heißt Albtraum wäre wahrscheinlich eine rot-rot-grüne Regierung, weil dann die Abgabenlast doch deutlich steigen würde. Was das am Ende volkswirtschaftlich bedeutet, kann ich nicht sagen. Da bin ich jetzt... Das müssten die Volkswirtschaftler sagen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand beurteilen kann. Jetzt nur mal aus der Praxis würde man sagen, wenn diese Abgabenlast mit der Vermögensteuer käme und sowas, ist keine Motivation für Unternehmer in Deutschland zu investieren. Bei einer rot-rot-grünen Regierung hätten wir natürlich auch Herrn Scholz dann als Bundeskanzler sehr wahrscheinlich nach den, so wie es nach den heutigen Zahlen ausschaut. Und da hoffe ich nur, dass das steuerpolitisch dann das Bundesfinanzministerium in bessere Hände gerät, weil das, was er in den letzten vier Jahren gemacht hat im Bundesfinanzministerium, das war, also jetzt, was ich hinter den Szenen Gespräche mit Beamten, Gespräche mit Politikern bekommen habe, nicht gerade förderlich für dieses Land. Da ging es los mit der Verzögerung des ATAT-Umsetzungsgesetzes bis nach der Wahl des SPD-Vorsitzenden. Das KÖMOG, das seit 2017 in der Schublade lag, wurde zum Schluss als Unterpfand für die Zustimmung zum ATAT-Umsetzungsgesetz rausgezogen. Das hätte man auch gleich machen können, wenn man wirklich Deutschland nach vorne bringen wollte. Die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu § 32a hat gezeigt, dass eigentlich man schon 2019 hätte die Verzinsung ändern müssen. Deswegen ja auch, dem Praktiker mag sich gewundert haben, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, bis 2018 ist die alte Regelung noch weiter anzuwenden, ab 2019 ist rückwirkende neue Regelung anzuwenden, weil der BfH das schon klipp und klar gesagt hat. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Da würde ich eigentlich von jemandem erwarten, der Politiker in diesem Land ist, dass er die Verfassung ernst nimmt und schon damals reagiert. Also deswegen ist das vielleicht mit einem Bundeskanzler Scholz, er hat dann nicht mehr viel für die Steuerpolitik oder in der Steuerpolitik zu sagen. Das wäre jedenfalls zu hoffen. Das könnte der große Vorteil sein, dass er nicht mehr Bundesfinanzminister ist. Dass dann wirklich jemand dran wäre, der das vernünftig macht und auch wieder tatsächlich an den Interessen dieses Landes interessiert ist. Und das ist eigentlich das, was mich so stört, dass dann zu viel agiert wurde. Und diese Punkte werden gleich noch dazu kommen, dass die Punkte, die eigentlich wehtun heutzutage, dass die eigentlich nicht angegangen werden. Die Begrifflichkeit angehen trifft das ja genau. Wir müssen jetzt Dinge angehen, beispielsweise die ganzen Folgen der Covid-19-Pandemie und alles, was auch das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, zum Klimaschutz. Welche Koalition würden Sie denn da am ehesten sehen, die sich dieser Probleme der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise annehmen kann? Vielleicht schichten wir das mal ab und fangen mit Corona an. Gut, das ist natürlich eine Frage. Also auch das ist eigentlich eher etwas, was der Volkswirtschaftler zu beantworten hätte. Man wird sagen müssen, mit einer eher konservativ-liberalen Regierung weniger Ausgaben. Man wird auf Wirtschaftswachstum setzen und dadurch auf Steuermehreinnahmen. Man sieht ja, dass das auch momentan schon gut funktioniert. Und auf der anderen Seite wird natürlich mehr Abschöpfung, werden mehr Steuereinnahmen generiert. Und da ist die Frage, was hat das dann am Ende für Auswirkungen? Das kann gut gehen, das kann schief gehen, wenn wirklich, wie das Finanzministerium Baden-Württemberg damals ausgerechnet hat, Kapital abgezogen wird, wäre das natürlich nicht gut für Deutschland. Thema Klimaschutz. Reichen da steuerliche Anreize oder muss da ganz grundsätzlich das Neue justiert werden? Das führt glaube ich auch über die Steuerpolitik hinaus. Wenn man sich die Programme anguckt, jeder will ja was für den Klimaschutz tun. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, was ist vernünftig, was schnürt eben die Wirtschaft nicht ab. Ich weiß, dass es immer von Mitte links wird immer vorgehalten, dass man nicht immer nur auf die Wirtschaft gucken kann, aber die Wirtschaft sind nun mal diejenigen, die die Arbeitsplätze schaffen und die den Menschen Arbeit, Geld und Brot geben. Und ich meine, da müssen wir schon darauf achten, dass wir jetzt hier nicht hingehen und wie das bei uns in Nordrhein-Westfalen ja vor der letzten Landtagswahl der Fall war, Wirtschaft abschrecken. Dass die jetzt im einfachsten Fall nach Niedersachsen gegangen sind für die Neuansiedlung von Arbeitsplätzen oder eben dann ins Ausland nach Malaysia und nach Polen. Da gibt es genügend Beispiele, wie es eigentlich nicht sein sollte. Noch mal so zu konkreten steuerpolitischen und steuergesetzgeberischen Fragen. Brauchen wir jetzt eine große Steuerreform oder brauchen wir viele einzelne punktuelle Änderungen? Ich glaube, das ist schon – also jetzt auch da wieder aus der Praktikersicht gesprochen – brauchen wir keine große Steuerreform. Die Absenkung der Unternehmenssteuer wäre sinnvoll, also der Tarifbelastung auf unter 30 Prozent, sondern zwei von da dran haben, wäre sinnvoll, dass wir inline mit den Amerikanern sind. Und dann gibt es für mich zwei Themen eigentlich, die vordringlicher wären. Und das eine Thema ist, dass wir mal im Kleinen reparieren, was in den vergangenen Jahren geschaffen wurde. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Also ich habe das noch damals gelernt. 1977 hat das BMF zwei Jahre Proberechnung gemacht bei der Einführung des Körperschaftsteuergesetz 1977. Als wir die Unternehmenssteuerreform gemacht haben, wurde das in fünf Monaten durchgepaukt. Da müssen Fehler passieren. Das ist auch völlig normal. Und für mich ist immer ein gutes Beispiel der § 34a, also diese Thesaurierungsbegünstigung im Einkommensteuergesetz. Da wissen wir alle seit 2012 mindestens, es gibt sechs Punkte, die müssen geändert werden. Wir haben im Rahmen des KÖMOG versucht, das reinzubringen. Wir haben auch – also jetzt nicht nur ich, sondern auch andere Praktiker haben versucht, auch das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat es versucht – das mit reinzubringen. Am Ende ist es gescheitert, weil dann das SPD-geführte Finanzministerium, also die Beamten wären sogar dafür gewesen, aber die Leitungsebene war dagegen, sodass eben dann nur das Optionsmodell in Anführungszeichen nur rausgekommen ist. Da werden wir jetzt wieder Anwendungsprobleme haben. Das sehen wir heute schon. Und da müsste eigentlich dann nachgesteuert werden. Und es müsste doch eigentlich möglich sein, dass wir, wenn wir neue Gesetze machen, nach fünf Jahren wissen, das sind die Probleme. Und dann gehen wir die Probleme gesetzgeberisch an. Das heißt, Ihr Ansatz wäre auch mehr evaluieren? Nicht nur zu evaluieren, das wird ja teilweise getan, sondern zu handeln. Wenn ich evaluiere, dann kommt ja raus, ich muss tätig werden in den Bereichen A, B, C, D. Erbschaftssteuerrecht. Wie mache ich die Berechnung im Konzern? 13b Absatz 9 des Erbschaftssteuergesetzes. Klar, dass es Fehler gibt. Da sagt dann der Herr Mannek, der zuständig ist im Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, die Unklarheiten, die können nicht wir regeln, muss der Gesetzgeber machen. Der Gesetzgeber sagt, wollen wir gerne. Aber die SPD in dem Fall hat es blockiert, weil sie Angst hat, dass er einem Großkapital Geld schenkt. Das soll natürlich verhindert werden und dann passiert gar nichts. Also wenn Sie mich fragen, große Steuerreform? Nein. Kleine Änderungen? Ja. Das, was seit Jahren in allen Kommentaren, können Sie es nachlesen, wir wissen das ja alle als Praktiker, wo wir die Probleme haben, da müsste mal nachgesteuert werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass wir bei der Betriebsprüfung schneller werden. Dass wir die zeitnahe Betriebsprüfung auch endlich leben. Das hat was damit zu tun, dass wir bei der Digitalisierung nicht richtig vorangekommen sind. 2016 gab es das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Seitdem ist viel passiert, aber eben noch nicht genug. Wenn ich mir die E-Bilanz angucke, wird dann bis ins kleinste Detail, wird ja alles auseinandergezogen. Dann wird es dem Finanzamt geschickt und die sagen, können wir doch gar nichts mit anfangen. Schickt uns mal die Papierbilanz. Da kann ich nur sagen, da werden Lasten den Unternehmen aufgedrückt, die unnötig sind. Und da müssen wir schneller und besser werden. Und es gibt die Vorbilder, wir haben das in UK, wir haben das in Österreich, wir haben das in den Niederlanden. Dann ist alles bekannt, das müsste aufgegriffen werden. Und dann, wie das die UK zum Beispiel macht, diese Low-Risk Taxpayer, High-Risk Taxpayer Unterscheidung. Und dann wird derjenige, der sich immer ordentlich verhalten hat, der wird halt nicht mehr so oft geprüft. Und dann komme ich auch hin mit den zu wenigen Prüfern, die ich habe. Das ist das Kernproblem der zeitnahen Betriebsrüfung. Wenn ich jetzt bei uns in NRW im Finanzministerium darüber spreche, dann sage ich, es tut uns leid, wir würden es ja gern machen. Aber wir haben nicht genügend Betriebsprüfer. Und da muss ich rauskommen. Denn wenn ich, wie jede Menge Unternehmen, auch bei meinen eigenen Mandanten, die sind seit 2005, 2008 offen, dass die Betriebsrüfung nicht abgeschlossen ist, das sind natürlich hohe Risiken. Und diese hohen Risiken führen dazu, dass die Bilanz schlecht aussieht. Also muss das Ziel doch sein, dass ich zeitnah alles beenden kann, dass ich ein gutes Compliance-System habe. Und dass ich dann auch meinem Finanzvorstand sagen kann, nein, wir haben in der Steuerposition kein Risiko. Das wäre für mich der zweite Punkt, wo wir in Deutschland mal aktiver drangehen müssten. Die Beamten tun das, die machen Vorschläge, die Politik muss es umsetzen. Sie sagten gerade, wir bräuchten mehr Betriebsprüfer. Ist das denn eine Frage, dass die nicht eingestellt werden sollen? Oder gibt es keine am Markt, die dafür geeignet sind? Wir haben ja gesehen, bei Cum-Ex hat Nordrhein-Westfalen ja relativ schnell auch Stellen bei Staatsanwaltschaften geschaffen, um das aufzuarbeiten. Also es geht ja schon, insbesondere wenn man sich dadurch mehr Einnahmen verspricht. Und Betriebsprüfer erwirtschaften ja auch was für einen Staat. Aber es ist natürlich, es ist tatsächlich das Problem, dass es nicht genügend Anwärter gibt. Das sind natürlich, so jemand wie wir sind, schuld dran, weil wir besser zahlen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber Stellen schaffen alleine reicht nicht. In Nordrhein-Westfalen hat man 5.000 Stellen für Finanzbeamte geschaffen. Dann konnten wir 3.000 nicht einstellen, weil es einfach die Leute noch nicht gibt. Wenn ich beim BZST oder im Bundesfinanzministerium darüber geredet habe, dass die Bearbeitungszeiten im Bundeszentralamt für Steuern zu lange sind, was jetzt Kapitalerstattungsanträge angeht etc., dann sagen die, ja, das ist so. Wir haben auch schon neue Stellen bewilligt. Dann haben sie die auch schon besetzt. Dann sagen sie, nee, aber schicken Sie doch mal Leute rüber. Also da ist ein bisschen das ein tatsächliches Problem, dass wir die Leute, dass die Finanzverwaltung die Leute nicht bekommt. Die Finanzverwaltung wird attraktiver. Ich habe das gerade mit Studenten auch erlebt, die bei der Finanzverwaltung die Ausbildung gemacht haben. Die werden alle wieder zurückgecached. Ja, danke Herr Benz für diese steuerpolitischen Einblicke. Das war interessant und man merkt in den Ausführungen auch an, dass Sie viel lesen. Deswegen unsere letzte abschließende Frage. Neben allem Fachlichen, was Sie so in den letzten Wochen und Monaten gelesen haben, hatten Sie vielleicht in den Sommerferien Gelegenheit auch mal ein nicht fachliches Buch zu lesen? Ja, tatsächlich. Zum einen, das war von Juli C. über Menschen, das neue Buch von ihr. Das war sehr gut. Man trifft das, glaube ich, gut. Und momentan lese ich die kürzeste Geschichte Englands, weil mein Sohn in England auf die Schule geht. Sondern da wollte ich mich ein bisschen über den historischen Hintergrund informieren. Ja, danke Herr Kollege Benz auch nochmal für diesen privaten Einblick. Herzlichen Dank für Ihre fachlichen Informationen, die Sie uns heute gegeben haben. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge Betriebsberater im Gespräch. Wir hatten heute in Frankfurt zu Gast Herrn Prof. Dr. Sebastian Benz, Partner bei Linklaters in Düsseldorf. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.